Unter Hochdruckeinfluss gab es heute schon im Süden, wie auch in den Alpen, wie zum Beispiel hier in Bärwang, in der Tiroler Zugspitz-Arena viel Sonnenschein. Und das ist der Startschuss in ein paar tolle spätsommerliche Tage. Auch im Osten von Deutschland gab es nach einer frischen Nacht, wie hier in Meißen, nochmal strahlenden Sonnenschein. Das wird sich allerdings am Freitag ändern. Da haben wir nämlich über der Mitte eine Regenfront liegen. Immer wieder dichte Wolken und auch im äußersten Norden sind ein paar Regenschau unterwegs. Also insgesamt in der Mitte und in der Nordhälfte eher wechselhaft, im Süden dagegen häufig strahlender Sonnenschein. Und hier wird es spätsommerlich verbreitet. 25 Grad und mehr. Am Oberrhein gibt es lokal sogar nochmal einen Hitzetag mit bis zu 30 Grad. Weiter im Norden sieht es von den Temperaturen eher herbstlich aus. Eine ähnliche Verteilung auch zum Start ins Wochenende. In der Mitte und im Norden wechselhaft, im Süden nochmal warm und angenehm. Am Sonntag ist mit dem Spätsommer dann aber schon wieder Schlussschauer und Gewitter verdrängen die Wärme. Es bleibt wechselhaft bei maximal 22 Grad.